Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Tag in Hogwarts Legacy. Seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin jetzt hier oben in unserem Raum der Wünsche und habe hier so ein kleines bisschen umdekoriert und habe hier so ein kleines bisschen schon mal weiter dekoriert und habe uns hier Pflanztische aufgestellt, schon mal in weiser Voraussicht und noch mal Zaubertränke zum Zaubertränkebrauen. Ja, hier habe ich auch umdekoriert, ein bisschen anders gestellt. Ja, jetzt so langsam wird es gemütlich, würde ich sagen. So, heute wollte ich auf jeden Fall mit euch noch die Aufgaben abarbeiten. Das heißt, beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank und beschaffe und teste einen Donnergebräu gegen Gegner. So, wir brauchen oder uns fehlt jetzt noch auf jeden Fall für den Unsichtbarkeitstrank der Knöterichzweig und für das Donnergebräu Frucht der Schrumpffliege und Hauch des Todes. Wir sollten, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, die Sachen in Hogsmeade kriegen. Deshalb würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Hogsmeade und schauen jetzt einfach mal, 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 vorbei und gucken mal, ob wir beides kriegen hier. Und wenn wir Kisten finden sollten, dann werden wir die natürlich auch sofort öffnen. So, und wieder orientierungslos hier. Genau. So, hier eben rein, mal gucken. Oh, Entschuldigung. Ich war's. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Ja. So, Hauch des Todes brauchen wir. Den nehmen wir jetzt einmal mit. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ähm, dann fehlte uns noch Schrumpf. Ne, da war was anderes, ne? Treupobelstraßenköterfell haben wir ja jetzt. Blutegelsaft haben wir auch nicht. Was war denn? Knöterig. Da müssen wir zudem da oben nochmal gehen. Und der andere war Schrumpf. Was war das denn? Schrumpf. Schrumpelfeige war das, glaube ich, ne? Schrumpelfeige war das. Wir könnten natürlich auch direkt einen Trank, aber das ist, ne, das Donnergebäude 1000. Er hat Tinte gesoffen, ne? Ja, aber nicht bei den Preisen, mein Freund. Also beim nächsten Mal nehme ich dir mehr Geld ab. So, ähm, dann gehen wir mal hier zu dem Kräuterherrscher. So müssen wir so einen Besen schwingen und nochmal rüber zum Bahnhof. Der hat hier auch was. Schau mal, was der hier so zu bieten hat. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. So, und zwar. Flussgrasstamm. Knöterigzweig. Den brauchten wir. Aber da brauchten wir, glaube ich, Samen von, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Frucht der Schrumpffeige. Der wartet doch auf, ne? Dann nehmen wir mal zwei von mir. Da können wir einen anbauen. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. So, dann nochmal zurück zum Turm. Ich kann behaupten, meine Regale wären lebt. Schauen wir mal, da war jetzt alle. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Ähm, Hogwarts. So, in unseren Raum der Wünsche. So. So. Und dann würde ich ganz gerne den einen anbauen, wenn es denn geht. So. Fangen wir hier an. allraune knöter ich ne haben wir gar nicht dann müssen wir okay also sind die samen dann extra wie kriegen wir denn die samen dafür ein unsichtbarkeitsdrank müssen wir jetzt erst mal haben hier ne den können wir jetzt brauen und dann donnergebräu und dann gegen gegner testen dann hätten wir den auch schon mal weg hätten ja zeit noch zu dem anderen tränke zu der anderen tränke station schon mit der donnergebräu durchlaufen lassen können dann können wir eben machen donnergebräu eine minute 30 wundervoll so kann der durchlaufen na das passt ja hier wird produziert im akkord aufheben so den haben wir den unsichtbarkeitsdrank den versemmeln wir den müssen wir ja nur testen das heißt den können wir jetzt quasi abgearbeitet so dann müssen wir nur donnergebräu dann mitnehmen für den gegner und derzeit können wir noch mal eben gucken hier wir hatten doch ich sollte doch noch aufträge wenn mich nicht alles täuscht pflanze fluss gras beschaffe alle drei kampf pflanzen und nutze sie zeitgleich bei raune tentakula cool mangelst die an samen oder pflanzen so könnten die magische rübe oder der war ja wenn ich jetzt wüsste wo wasser wehgerich und und der andere ist würde ich es ja tatsächlich oder würde ich ja tatsächlich mal da hin aber ich weiß nicht wo wasser wehgerich ist da ist mit sicherheit wieder ein übersetzungs fehler oder ich habe irgendwie ein denkfehler das kann natürlich auch sein das halte die frage ich weiß es jetzt nicht ich weiß nicht wo diese beiden orte sein sollen zur not muss ich tatsächlich wirklich alles abfliegen um da zu finden so aber von den pflanzen was haben wir denn eine raune fehlt uns die anderen beiden haben wir allraunen samen wären natürlich auch nicht schlecht können wir die direkt anbauen ach man ich glaube uns bleibt nichts anderes übrig aber ich glaube das mache ich im offscreen dann und versucht die dann zu finden weil jetzt so ziellos durch die gegend fliegen ist ja auch auch ein bisschen unattraktiv für euch das heißt den kann ich nicht machen dann könnten wir okay die besen prüfung hätten war dann akio spiel hätten wo und wir haben noch den genau wir haben noch den hier der ist der haupt quest hier glaube ich ne aloe mora den sollten wir eigentlich machen vom hausmeister den den würde ich auch machen ich glaube den 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 machen wir jetzt auch hier dann können wir schlösser knacken ich glaube das wäre gar nicht so verkehrt ne so donnergebräu haben wir auch und dann machen wir uns jetzt auf zum hausmeister karte mondbesenhaus was haben wir denn da schon da hinten haben wir noch gar keine flamme okay 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 dann ist die nächste flamme ja glaube ich diese hier ne gemeinschaftsraum schlösser knacken und unsere große treppe nehmen nehmen wir die hier da kommen wir auch in den teil vom schloss mal rein jetzt ach hier haben wir die wechselnde treppen na da schau her da haben wir wieder ein rätsel da gehen wir einmal nochmal durch und machen die war hier was da sind die vier häuser auch cool gemacht ach dann ist für für die hauspokale glaube ich kann das sein wo geht es denn hier hin ich muss mal eben einmal gucken jetzt bin ich neugierig so einer gucken hier da haben wir wieder ein geschmetterling so mal gucken hier ist ist das cool so die flamme hätten wir dann auch so aber jetzt gehen wir jetzt gehen wir auf jeden fall zum hausmeister ich wollte doch sagen da hat was gebümmelt der Hogwarts Architekt der Hogwarts Architekt hier umgeben von den vier Hausmaskottchen entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit den Gründern Ravenclaw 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 der die schmerzen ich hatte gehofft sie wieder zu sehen Gladwin Hausmeister von Hogwarts zu ihren Diensten zuerst möchte ich mich entschuldigen dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung obwohl ich hörte dass ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner man kann es wohl ereignisreich nennen ich hatte keinen Trollangriff erwartet natürlich nicht und soweit ich weiß hatte das Dorf Glück dass sie da waren eigentlich hatte ich gehofft sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen ich könnte ihre Hilfe bei etwas gebrauchen sehen sie die seltsame Statue dort drüben schauen sie was passiert wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt mhm könnten sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen seltsame kleine Vorrichtungen nicht scheinbar verschwindet die Statue sobald der Mond entfernt wird was übrigens nur bei Nacht funktioniert warum behalten sie diesen nicht erstmal und ich erkläre ihnen unterwegs mehr seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen im Schloss aufgetaucht einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut offenbar versucht jemand mich zu quälen an jenem Tag in Hogsmeade bog ich um meine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber einem Gestaltwandler wenn man so will er nimmt die Gestalt dessen an was einem am meisten Angst macht dieser hat die Form eines Demi-Guys ein Demi-Guys? oh ja eine furchterregende Kreatur die in die Zukunft sehen kann nervenaufreibend als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet eine schreckliche Erfahrung diese Statuen sind Demi-Guys Dämonen sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich ich habe schon einen Verdacht welche Schurken dafür verantwortlich sind ich hoffe sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen wenn die Statuen verschwinden deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen warum ich? dafür gibt es mehrere Gründe erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben furchtlos zu sein zweitens so makaber und abscheulich ein Demi-Guys auch ist die meisten finden meine Angst unbegründet sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen ich bin einfach mit meinem Latein am Ende ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben ich weiß sogar von zwei Statuen die sich hier im Lehrerturm befinden vielleicht könnten sie sie entfernen damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann natürlich ich helfe ihn gerne Mr. Moon oh ich wusste doch auf sie ist Verlass erstens wissen sie wie man einen Desillusionierungszauber wirkt richtig? tun sie das bevor sie nachts durch den Turm spazieren als nächstes stellen sie fest dass die Tür verschlossen ist wie kommen sie rein? mit Allo Humora und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz sie sind ein bisschen wie ich früher die Schule lag mir zu Füßen und das habe ich ausgenutzt man hat nicht dafür geliebt ach das waren noch Zeiten die eine Statue finden sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel viel Glück und danke Jut jetzt können wir Schlösser klangen also X Viereck Dreieck Kreis X Aloe Moa Aloe Moa jetzt muss ich nur gucken ähm dann muss ich den mal eben ändern und nehm den raus und mach Aloe Moa wo ist er denn? ähm 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 oder gibt's den nicht zu lernen? Ist der wenn ich unsichtbar bin automatisch am Schloss? ich geh mir eben alle durch ich weiß es jetzt nicht aber ich glaub ja ich seh nämlich jetzt keinen den ich noch nicht kenne ne 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 dann muss der interagiere mit den Schlössern ok testen wir jetzt mal Alohomora ah ok hm 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 und er um die funken zu bewegen und die schreiben zu drehen bis beide dazu gehörigen zahnräder aktiviert sind das öffnende schlosses ok ok ich bin jetzt ein achso ich muss beide ah so ok ok der stimmt ok so ah sehr gut sie sind drin denken sie dran mit dem desillusionierungszauber wird sie niemand sehen dies ist schließlich ein verbotener bereich des schlosses na toll Revelio der hausmeister stiftet uns hier auch noch an zum umfug treiben gut gut das ist auch schon da verdient erinnerung an das kollegium schlosses schlosser 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 Ich will ihn ja gar nicht anlocken. Ich will ja einfach nur an dem vorbei. Reveilio. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Wir gehen mal hier hoch. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Hallo, Homura. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Oh. 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 dann müssen wir ganz nach oben wenn die jetzt wieder kommen dann bin ich geliefert ist sie jetzt auch raus ich glaube ja dann können wir uns hier der truhe widmen so oder die steht noch da so wir müssen auf jeden fall irgendwie weiter nach oben kommen den mache ich jetzt mal nicht da macht mir zu viel krach ich will jetzt nicht entdeckt werden im moment nicht nein aber es gibt genug andere gefahren die sie zu mir bringen könnten nun ich sollte vielleicht meine aufsicht beginnen kommt nicht zu mir nein 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 wir sind erwischt worden erst einmal erst einmal jetzt um ist jetzt um ist